Herzlich willkommen hier in Steffis Malwerkstatt. Ich wollte euch mal zeigen, was wir gestern gemacht haben und was wir heute weitermachen. Wir haben hier ganz tolle Bilder schon mal vorbereitet. Gestern haben wir Hintergründe gemacht und heute freue ich mich darauf, die Bilder zu verformvoll enden. Und zwar kommen hier diese schönen Blumen drauf. Die hat die Teilnehmerin gestern geübt und macht die jetzt hier gleich drauf. Und es wird bestimmt schön. Das Schöne an diesen tollen Kursen ist wirklich, dass hier sechs verschiedene Menschen sitzen, sechs verschiedene Bilder malen mit sechs verschiedenen unterschiedlichen Materialien. Und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf, wenn die Bilder gleich fertig sind. Ja, und hier könnt ihr mal einen kleinen Einblick in die Werkstatt sehen, wie bunt das hier zugeht, wie viele Materialien hier noch rumliegen und wie viele kreative Ideen und wie viel Spaß das machen kann. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder malen kann und ich zeige euch das. Ihr braucht nur Lust haben aufs Abenteuer, neugierig sein, euch einlassen und dann bekommt ihr auch so wunderbare Bilder hin. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao.